Moin Moin und herzlich willkommen bei Finanzkroko. Heute schauen wir uns mal meinen Aktien-Sparplan an und zwar wollte ich dir hier einmal zeigen, die fundamentalen Daten, also wo steht das Unternehmen genau, wie ist der Petrovsky App-Score, wie ist die Verschuldung und diese ganzen Kennzahlen schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich mache daraus vermutlich zwei Videos, weil es einfach zu viele Unternehmen sind. Ich habe ja 18 Unternehmen in meinem Aktien-Sparplan und die werde ich wahrscheinlich aufteilen, 9 und 9. So, erstmal schauen wir uns auch mal an, wie sieht die ganze Lage aus. Also hier oben sehen wir das Depot. Dann muss ich sagen, das Depot ist derzeit bei fast 9% im Plus derzeit. So, und dann schauen wir uns die ganzen Werte an. Also Apple ist immer noch auf Platz 1 mit einer Performance von 60%, dann knapp dahinter Microsoft mit 60%, Walmart ist auch im Plus, die Hälfte mit 30%, dann Procter & Gamble 20%, dann haben wir auch Starbucks noch mit knapp 20% dabei, davon habe ich 13,6 Anteile und ist fast 980, 970 Euro schwer im Depot. Beim Aktien-Sparplan läuft hier auch schon seit über 2 Jahren, dann haben wir PepsiCo auch noch im Plus, 13%, dann Johnson & Johnson 12%, Texas Instruments mit knapp 7% und der letzte grüne Wert ist McDonalds mit knapp 6%, also eine Performance von 6%. Diese 9 Unternehmen, die werde ich heute einmal etwas genauer uns vorstellen, anschauen, wie dort die Kennzahlen sind. Ja, ich denke mal, das ein oder andere Unternehmen wird wahrscheinlich durch die Kennzahlenscore durchfallen. Hätte ich vermutlich, wenn ich jetzt den Aktien-Sparplan machen würde, vermutlich nicht nehmen. Andere Werte würde ich wahrscheinlich immer noch aufnehmen, wenn man die basiert auf die Kennzahlen anschaut. So, beginnen wir mit dem ersten Unternehmen, was auch ganz oben steht. Das ist Apple. So, da sind wir bei Apple drin und wir sehen hier eine schöne Performance. Also man hat 2011 bei etwa 34, 35 Dollar könnte man einsteigen. Mittlerweile das Zehnfache. Ja, aber wir schauen uns jetzt die genaueren Kennzahlen an. Wir sehen hier, Umsätze sind am steigen, nichts Neues bei Apple. Die Gewinne sind auch sehr stabil und eher in Richtung nach oben. Dann haben wir ein KGV von nur, gerade mal 2021er KGV oder 2022er nehmen wir hier. Sagen wir mal im Durchschnitt ein 20er KGV, also auch sehr, sehr gut bewertet für ein Technologieunternehmen wie Apple. Da können wir uns mal anschauen, wie das denn am Wachsen ist. Dazu scrollen wir mal etwas tiefer und wir werden sehen, Gewinn der nächsten drei Jahre bei 11% und der letzten fünf Jahre wuchs das Unternehmen etwa 13% aus dem Gewinn. Und das ist das ja, was einem wichtig ist, denn ohne Gewinne wird das Unternehmen nicht wachsen, es gibt auch keine Dividende und der Kurs wird auch nicht steigen, wenn das Unternehmen keine Gewinne macht. Deswegen Gewinn immer sehr, sehr wichtig. Wir haben hier ein ordentliches Wachstum gehabt in den letzten fünf Jahren, 13%. Wir können uns gleich mal anschauen, wie das im Kurs sich wieder gespiegelt hat, dieser Gewinnwachstum. Erstmal können wir uns mal den PET-Ratio ausrechnen, das ist ja der bessere Wert als KGV, damit kann man einfach bewerten, wo steht denn das Unternehmen. Wir haben jetzt ein KGV von 20% und der letzten fünf Jahre hatten wir 13%. Wir nehmen aber jetzt für das erwartete Wachstum, für die Zukunft, Vergangenheit möchte ich nicht. Wir nehmen also für die Zukunft, sagen wir mal auch von 12%, dann haben wir ein PET-Ratio von 1,7%. Heißt, alles über 1 ist eigentlich übergewertet, aber hier kann man natürlich sagen, ich nehme lieber ein Unternehmen, das war glaube ich Warren Buffett mal gesagt, ein herausragendes Unternehmen für einen guten Preis, anstatt ein gutes Unternehmen für einen herausragenden Preis oder so und deswegen ist Apple immer noch sehr, sehr gut. Wir haben den PET-Ratio F-Score nur bei 5 von 9, also eigentlich von der Bilanzierung, also von bilanztechnischen Sachen ist Unternehmen gar nicht so gut aufgestellt. Man sieht hier, ein ansteigender Kapitalrendite ist nicht vorhanden, das ist eher weniger. Die Verschuldung sinkt auch nicht, sie steigt, also man deswegen ein Kreuz hier, die ist eher am steigen. Ja, dadurch auch die geringe Aufnahme, neue Einkapital, das ist mehr Fremdkapital, was reinkommt. Also man sieht, das Unternehmen ist von den PET-Ratio F-Score, also von den bilanztechnischen Kennzahlen eher nicht so gut. Gut, jetzt schauen wir uns einfach auch mal die Bewertung, die Fundamentale Bewertung bei Federfuchs an. Hier hat es aber 13 von 15 Punkten, also fundamental technisch ist das noch sehr, sehr gut aufgestellt. Die Volatilität ist 4, ja etwas hoch, hier bevorzuge ich eigentlich doch schon 2 bis 3, dann schwankt das nicht so stark. Die Finanzverschuldung hat man ja auch schon gesehen bei dem Petrovsky F-Score, dass die Verschuldung wird höher, Fremdkapital wird höher. Das sieht man auch hier, die Finanzverschuldung ist einfach sehr, sehr hoch mit 31%, deswegen auch hier das Kreuzchen. So, und was ich noch gucken wollte, ist die Performance und da sehen wir hier die Performance pro Jahr 20%. Der Gewinn ist in den letzten Jahren um knapp 14% gestiegen vom Unternehmen, die Performance aber um 20%, also hier. Doch schon recht ordentliche Summe, ja. So, wenn wir hier Späßchen brauchen wir nicht, so, dann haben wir das erste Unternehmen durch. Hier sehen wir auch nochmal den Petrovsky F-Score und auch, wie ich sag mal, wie sicher das Unternehmen ist, auf Insolvenz oder so, und da ist es eigentlich safe, also ist eigentlich sicher, da passiert nicht viel. Und beim Petrovsky F-Score, wie gesagt, nur leider eine 5, ist also keine so gute Bilanzqualität. So, jetzt schauen wir uns das zweite Unternehmen an, das war Microsoft auch direkt hinter Apple. Auch hier sehen wir eine schöne Performance von 22 Dollar 2010, 2011 bis jetzt fast 190, also fast 200, auch hier fast verzehnfacht. Auch hier schauen wir uns mal die Umsätze an, auch die Umsätze haben sich quasi verdoppelt oder werden sich vermutlich nächstes Jahr, übernächstes Jahr verdoppeln gegenüber 2016. Die Gewinne sind auch am steigen, die haben sich ja schon quasi fast verdreifacht, nicht ganz, aber fast. KGV ist etwas niedrig, etwas höher als bei Apple, haben wir hier so zwischen 25 und 30 und dann können wir uns auch mal angucken, wie ist das Unternehmen bewertet. Wenn man jetzt Aspekte eines Value Investors das Ganze betrachten würde, dann haben wir in den nächsten Jahren eine Prognose von knapp 14% Gewinnwachstum und wir hatten einen KGV von durchschnittlich 30, das heißt wir haben ein BD Ratio von 2,1. Also man sagt jetzt, man kann jetzt sagen, obwohl Microsoft ein höheres KGV hat, ist Apple, ich sage mal, günstiger bewertet als Microsoft. Weil Microsoft hat ein BD Ratio von 2,1, also eine höhere Bewertung. So, den Petrovsky F-Score hat aber auf jeden Fall besser, also die bilanztechnischen Aspekte sind erfüllt mit 7 von 9 Punkten. Das ist ja eigentlich so, kann man sagen, sollte man schon mindestens haben, also 6 könnte man sich nochmal das genauer überlegen, aber 7 ist schon Pflicht. Dann hat man ein vernünftiges Unternehmen, was bilanztechnisch gut aufgestellt ist. Ich vermute aber auch hier wird der Score auch nicht viel anders sein als bei Apple, wahrscheinlich sogar noch besser. 14 von 15 Punkten bekommt Microsoft, nur die Stabilität von Umsatzwachstum ist nicht so, weil wahrscheinlich der Umsatz ein bisschen am schwanken war, deswegen hier nur ein Quatschen. Also fundamental, sehr, sehr gut aufgestellt, also Microsoft kriegt auf jeden Fall ein Häkchen, würde ich, auch wenn es etwas teurer bewertet ist als Apple, würde ich hier Microsoft bevorzugen. So, Microsoft gehört also quasi in meinem Aktiensparplan nach fundamentalen Daten. Dann schauen wir uns das dritte Unternehmen an. Hier haben wir direkt die Bewertung. 10 von 15 Punkten, das wäre für mich jetzt ein bisschen zu wenig. Man sieht auch hier schon, Wachstum und Stabilität ist überhaupt fast eigentlich gar nicht gegeben. Die Bewertung ist sehr, sehr gut mit 3%, das ist in Ordnung. Die Finanzverschuldung ist schlecht, also hier, das Unternehmen würde vermutlich bei mir durchfallen. Wir können uns auch hier einfach mal anschauen, wie das der Petrovski F-Score ist. Wenn der unter 7 ist oder 6, dann auf jeden Fall, ja, hat er 6. Dann würde, das Unternehmen ist wieder so ein Unternehmen, wo man sich dann wirklich wieder genauer alles betrachten muss. Die Bilanzqualität ist nur bei 6, das ist also, ich sag mal, Mittelfeld für mich. Und auch die Bewertung hier für die Fundamentaldaten ist bei 10 Punkten. Das ist auch gerade Mittelfeld. Hier müsste man sich nochmal genauer anschauen, wie ist das Unternehmen noch anders aufgestellt. Dann können wir uns mal das KGV angucken. Wir haben hier ein KGV von 22 und ein Wachstumswert haben wir hier, was haben wir hier, Gewinn 3%. Also man hat 20er KGV, stimmt das? 20 habe ich jetzt, 23 genau, 23er KGV haben wir hier. Und ein Gewinnwachstum nur um 3% und in den letzten Jahren war das nur fast 1%. Also das Unternehmen würde vermutlich von mir durchfallen, würde ich nicht ein zweites Mal aufnehmen. Wir haben hier natürlich jetzt einen Vorteil, durch die Krise ist einfach Wollmarkt gestiegen. Das war nicht zu vorhersehen, diese Krise, also das Corona-Krise ist. Deswegen hat einfach Wollmarkt auch sehr, sehr gut performt jetzt in dem letzten Jahr. Oder zumindest aufs letzte Jahr gesehen, aber die letzten Monate kam Wollmarkt einfach sehr, sehr gut. Gut, wenn man es jetzt aber auf die Kennzahlen anschaut, dann ist es eigentlich gar nicht so gut aufgestellt. Ich sag mal, es ist mittelmäßig. Also was haben wir für ein PT-Ratio? Wahrscheinlich sogar noch höher als bei Microsoft und Apple, weil wir haben ein KGV von 23. Das ist schon eigentlich recht hoch, das ist nicht mein Technologiewert. Da ist Apple ja sogar noch weniger. Und wir haben hier ein Gewinnwachstum, wenn wir jetzt die nächsten Jahre angucken, 3%. Das heißt, wir haben hier ein PT-Ratio von 7,6, 7,7. Und wenn wir noch in der Vergangenheit schauen würden, weil wir das vielleicht vor ein, zwei, drei oder vier Jahren diesen Sparplan gemacht hätten, so wie ich zum Beispiel jetzt fast vor zweieinhalb Jahren, hätte ich ja vermutlich ein Wachstum von gerade mal 1% gehabt. Das heißt, ich hätte dann ein PT-Ratio von fast 23, also eine Überbewertung für das Unternehmen. Also überhaupt keine Rechtfertigung, das Unternehmen jetzt quasi zu kaufen oder zu investieren. Also das Unternehmen würde ich vermutlich dann nicht in den Sparplan nehmen. Wie gesagt, jetzt haben wir halt Glück gehabt auch mit der Corona-Krise, für Wollmarkt Glück gehabt natürlich, weil die konnten jetzt hier eine höhere Performance natürlich hinlegen. Wir können uns ja mal die Performance auch anschauen, wie die da war. Ja, die ist aber gar nicht mal so schlecht von 2016 gewesen. Also man könnte das vielleicht, die niederlige Wohler und das Momentum wäre auf Wollmarkts Seite. Dann könnte man das überlegen und vielleicht doch in den Sparplan wieder nehmen, weil die ist auf jeden Fall auf deren Seite, also die haben eine DEVN-Rendite von etwa 2 oder 2% glaube ich so in dem Dreh. Genau, das wäre also in Ordnung. Und die haben eine niedrige Wohler, hat man ja gesehen, 3, also die hätte wahrscheinlich so um die 2%. Ich vermute hier auch ein Wetter unter 1. Und das Momentum ist ja auch gegeben. Also man sieht hier, der Kurs geht nach oben eher, also der fing hier bei 60 Dollar an. Mittlerweile hat er sich verdoppelt innerhalb von 4 Jahren. Also könnte man sagen, ja, durch Wohler, durch das Momentum, weil es einfach sehr konservativer Wert ist und ich möchte einfach Stabilität in meinem Depot haben, ich brauche keinen großen Wachstum, dann hätte man sich erst überlegen können. Könnte man also, wie gesagt, sich überlegen und auch ins Depot nehmen. Also Pytowski Erbscore 6, den Fundamentalscore hat er 10 von 15, wie gesagt. Und dann entscheiden natürlich so einzelne Sachen. Einerseits ist das ein bisschen teuer das Unternehmen mit einem Periterische von 7. Andererseits ist das sehr, sehr konservativ das Unternehmen aufgestellt, wegen der niedrigen Wohler und derzeitigen Momentum hätte es da gewesen. Wie gesagt, also so eine 50-50 Chance hätte ich vielleicht dann doch noch mit aufgenommen als konservativen Wert. Dann schauen wir uns hier Procter & Gamble an. Der hat jetzt schon ein bisschen besser, also 11 ist schon auch noch eine kleine Schwankung. Also ab 12 würde ich sagen, sind die Fundamentaldaten sehr, sehr gut aufgestellt. 11 und 10 ist noch auf dem wackeligen Fuß. Man sieht auch hier das gleiche Spiel wie bei Wollmarkt. Wachstum und Stabilität ist einfach nicht vorhanden. Das sind einfach die Werte. Auch Procter & Gamble hatte vor einigen Jahren, hat man ja gesagt, das ist ein Unternehmen, was nicht mehr wachsen wird. Ist so ähnlich wie IBM zum Beispiel auch. Da ist einfach das Wachstum nicht da. Und wenn das Wachstum nicht da ist, ist die Stabilität ja auch quasi nicht da. Wenn das Unternehmen nur mal so mal mehr Gewinn, mal weniger Gewinn macht, dann hat er keine Stabilität. Und dadurch bekommt er auch hier in diesem Fall keine Punkte für die Fundamentalwerte. So, aber alle anderen Werte scheinen gut zu sein. Die Valorität ist auch hier 2,8. Also auch hier vermute ich das Wetter unter 1. Also auch eine niedrige Valorität. Das ist auch immer sehr, sehr gut für konservative Werte. Man kann also hier wirklich mit konservativen Werten auch Renditen einfahren. Das ist das beste Beispiel hier. Wirklich Wollmarkt mit einer niedrigen Valorität einen guten Momentum gehabt. Procter & Gamble hat eine niedrige Valorität und ein niedriges Wetter. Und hat vermutlich auch ein Momentum auf seiner Seite gehabt. Ja, wenn wir uns hier anschauen, das letzte Jahr hat es auf jeden Fall ein Momentum gehabt. Also man sieht hier schon mal 2 Unternehmen, die sprechen für das konservative Investment. Also Wollmarkt und Procter & Gamble, niedrige Vola und ein positives Momentum. Zudem haben sie auch eine Dividende, also ein Einkommen. Also diese 2 Unternehmen würden vermutlich auf Basis dieses konservativen Investments auch in das Aktien-Sparplan-Depot mit reinkommen. Wenn man die Performance anschaut, ist das auch immer noch in Ordnung. Aber wir wollen auch mal anschauen, wie schlägt sich das Ganze im KGV und im Fair Value, wie es da aussehen mag. Also Umsatz. Ich habe ja das Unternehmen 2018 in den Aktien-Sparplan befördert. Da konnte man rückwirkend schauen. Ja, es hat sich so halbwegs, war ja stagniert. Wie gesagt, also in dieser Zeit, wo ich das damals im Aktien-Sparplan aufgenommen hatte, hat man ja an vielen Analysten gesagt, das Unternehmen wird nicht mehr wachsen. Also da ist das Ding durch. Für den Preis braucht man es nicht zu kaufen. Ich habe mir das trotzdem mal überlegt als konservativen Wert und habe es aufgenommen. Wurde jetzt auch nicht enttäuscht. Ist meine derzeit im Aktien-Sparplan meine 4.beste Aktie laut Performance. Und dazu macht sie auch eine ordentliche Dividende. Und ja, also man sieht, das Wachstum ist vorhanden. Also in den letzten Jahren, in den letzten 2 Jahren oder sagen wir mal letztes Jahr, hat das nochmal ordentlich Schub gekriegt. Und ist wieder dabei. Dann haben wir hier einen KGV. Denn wir nehmen hier das KGV dazwischen, weil es aussagerkräftiger ist als das 2020er. Wegen der Corona-Krise würde ich das 2020er nicht nehmen. Und deswegen beziehe ich mich hier eher auf 2021 oder halt 2022. Nehmen wir sowas etwa so 20er KGV, würden wir dann haben. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie ist denn der Gewinnwachstum. Und da ist es wahrscheinlich auch nicht sehr, sehr hoch gewesen. Man sieht hier sogar ein rückläufiges Gewinnwachstum. Also hier ein negativer Bereich kann man also vernachlässigen. Und Gewinn in den nächsten 3 Jahren, ja gut, ist natürlich jetzt ein übergroßer Wert, weil es jetzt einfach in den letzten Jahren sehr, sehr schwach gewachsen ist und jetzt vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren einen ordentlichen Gewinn macht. Und man sieht, er hat keinen Gewinn gemacht. Und jetzt kann er natürlich ordentlich Gewinn machen, würde ich jetzt also nicht als Kennzahlen mitnehmen. Ist also keine Aussagekraft. Hier würde ich halt wirklich mich dann drauf fokussieren, auf die Wohler und die war niedrig, das KGV. Entschuldigung, das Momentum ist vorhanden gewesen und die Dividende ist da. Da sieht man hier, also würde das Unternehmen mit einem fundamentalen Kennzahlen von 11 von 15 Punkten und einem Petriowski F-Score, was haben wir gehabt, nur von 5, ja gut, würde ich wahrscheinlich noch so halbwegs mit aufnehmen. Wie gesagt, auf die niedrige Wohler, bezogen als konservativen Wert, einfach als Stabilisator für das Depot. Dann haben wir Starbucks. Starbucks sieht man schon direkt, ja, hat eine Qualität von 14 von 15 Punkten. Also hat man nicht viel verkehrt gemacht. Das Unternehmen ist sehr, sehr gut aufgestellt. Man sieht hier, Wachstum ist vorhanden. Stabilität ist auch da. Zumindest in den letzten 5 Jahren ist der Umsatz gestiegen kontinuierlich. Auch der Gewinn ist kontinuierlich angestiegen. Nicht mal weniger, mal mehr, sondern wirklich konstant. Da sieht man also eine Stabilität. Dann haben wir hier die Wohler, die ist etwas höher als bei den anderen. Also man sieht schon, das Unternehmen ist eher Richtung Wachstum. Und dann haben wir natürlich auch eine etwas höhere Volatität, also eine höhere Schwankungsbreite. Als zum Beispiel bei Wollmarkt oder bei Procter & Gamble. Die waren wirklich konservative Werte. Und Starbucks ist eher so ein Wachstumswert mit gesunden Kennzahlen. Hier schauen wir uns auch mal die Performance an. Ja, die Performance ist hier gut. Das ist ein Wachstumswert. Und dann können wir uns hier mal die Betreffs-GF-Score. So, hat 3. Also 3 von 9 ist natürlich extrem wenig. Hier müsste man sich wirklich überlegen. Ich sehe auch schon warum. Man sieht auch hier, die Finanzverschuldung ist natürlich extrem hoch. Und dafür hat er auch keinen Punkt gekriegt. Wahrscheinlich der Einzige. Genau. Und darauf basiert ja der Betreffs-GF-Score ist extrem auf die Bilanz ausgelegt. Da sehen wir, wenn wir uns das hier vorne anschauen werden. Dann werden wir das feststellen gleich. Jetzt kommen wir runter. Und dann sehen wir, hier ist das sehr, sehr schlecht. Also normalerweise, wenn man konservativ dabei ist, könnte man hier nicht investieren. Das war auch einer der Gründe, warum ich auch Starbucks nicht in meinem Langfrist-Depot habe. Ich habe es ja mittlerweile nur noch in meinem Aktien-Sparplan-Depot drin. Einfach, weil mir einfach die, ja, das Risiko einfach zu hoch ist. Die Verschuldung ist sehr, sehr hoch. Man sieht hier, einsteigende Kapitalrendite ist negativ. Die Verschuldung ist am steigen. Die Liquidität sinkt. Geringe Aufnahme, nur ein Kapital ist auch nicht vorne. Also es wird mehr Fremdkapital aufgenommen. Also man sieht wirklich diese ganzen Bilanzsachen. Wenn man sich die Liquidität anschaut und halt die, ja, Verschuldung und solche Sachen, dann ist das Unternehmen einfach sehr, sehr schlecht aufgestellt. Das Risiko ist hier einfach extrem hoch. Und wenn ein Crash da ist, dann kann so ein Unternehmen natürlich sehr, sehr schnell, ja, ins Bredouille bekommen. Also halt Schwierigkeiten bekommen. Wir sehen, wir können uns mal anschauen, was hat man für ein Eigenkapital. Also wir sehen auch hier, kein Eigenkapital. Also das Unternehmen arbeitet natürlich dann auf Flamme und ist angewiesen auf dieses Fremdkapital. Und das ist das Risiko, was man einfach hat. Würde ich vermutlich, auch wenn alle anderen Werten, alle anderen Fundamentalwerte stimmen, vermutlich durch diesen Betriebskampf kann man einfach nochmal abgleichen und sagen, die Bilanz ist einfach schlecht. Und wie wichtig ist einem eine vernünftige Bilanz? Für mich ist das doch schon wichtig, weil man sollte also schon mindestens eine 5 von 9 Punkten haben, um überlegen zu können, wenn man, wenn alle anderen Werte richtig sind oder gut sind, ob man das aufnehmen könnte. Hier ist das nicht gegeben, also würde auch das Unternehmen bei mir durchfallen, so wie Apple. Dann haben wir PepsiCo als nächstes Unternehmen. Hier schauen wir uns auch die Umsätze an. Also die Umsätze sind am wachsen. Ich persönlich finde ja auch PepsiCo etwas besser aufgestellt als Coca-Cola. Es ist einfach breiter gestreut. Die haben Getränke, die haben jetzt auch SodaStream, also mehr in Richtung, ich sag mal, Gesundheit. Also SodaStream ist ja mehr für die Leute halt ohne Zucker und solche Sachen. Also PepsiCo ist auf jeden Fall für mich besser aufgestellt als Coca-Cola. Ich habe übrigens ja beide in meinem Depot, auch in meinem eisen Stockland, aber Pepsi finde ich etwas besser. So, und jetzt schauen wir uns auch mal die Daten an. Das Umsatzwachstum ist vorhanden, ist schon mal sehr, sehr gut. Gewinnwachstum ist auch positiv. Dann haben wir das KGV, ist knapp so bei 20, ist also auch noch so gerade mal zum, ja, ich denke mal okay. Schauen wir gleich einfach mal an, wie ist denn das PIT-Ratio, ob das fair oder überbewertet ist. Schauen wir uns doch mal an, dass das 20er KGV so aussagt. Sagt ja, wie gesagt, man muss immer das auch das Wachstum mit berücksichtigen, weil sonst hast du das KGV ist eigentlich kaum aussagekräftig, weil Unternehmen, die wirklich stärker wachsen, die haben natürlich auch ein höheres KGV. Deswegen würde ich immer das PIT auch mit hinzuziehen. So, und wir sehen hier einen Gewinn für die nächsten drei Jahre etwa bei 9. Ein KGV von 20 haben wir hier ungefähr in den nächsten Jahren. Dann haben wir ein PIT-Ratio von 2,2. So, ähm, liegt also ähnlich wie bei Microsoft, PepsiCo und Microsoft, haben ein englisches PT-Ratio. Schon interessant. Oder wie Apple war das, glaube ich, ne? Ich glaube, Microsoft hat es sogar noch tiefer gehabt, 1,6. So, ähm, dann haben wir in den letzten fünf Jahren, war es sogar noch etwas höher. Aber das Unternehmen hat sich gut geschlagen, ein PIT-Ratio von 6 von 9. Also hier kann man ein Häkchen machen, ist gut. Und die Fundamentaldaten, wenn man die zusammenfasst und dann benotet, dann haben wir hier eine Qualität von 10 von 15 Punkten. Wie gesagt, 10 von 15 ist eine Überlegung wert. Betriebsgeschäft hat es gerade 6 gehabt. Dann könnten wir uns anschauen, wie ist denn die Wohler. Die Wohler ist bei 3, also hat die wahrscheinlich so bei 2 und Beta auch unter 1. Das Momentum ist 2019, ja. Wenn man die letzten zwölf Monate anschaut, dann wäre das Momentum vermutlich auch auf unserer Seite. Ja, dann wären wir bei 130 vermutlich hier so ungefähr, sogar etwas tiefer, 127. Und dann würde man das auch ins, genau, so müsste ich ja schauen, das sind ja vor drei Jahren ungefähr, hätte man wahrscheinlich das auch das Momentum vielleicht auf seiner, zumindest ist es derzeit auf unserer Seite, das Momentum. Hätte man also jetzt aufnehmen können ins Sparplan. Also kann man sagen, ja, würde ich vermutlich auch mit auf den PepsiCo. Dann kommen wir zum nächsten Johnson & Johnson. Hier sehen wir auch schon direkt Qualität 2 von 15, also hier ist auf jeden Fall ein Häkchen dran. Wachstum und Stabilität ist hier auch, ich sage mal, durchgefallen, also kein Wachstumswert. Die Wohler ist 2,8, also auch niedrig. Man sieht schon hier, ist es eher ein konservativer Wert. Ich habe also, man sieht also, ich habe sehr, sehr viele konservative Werte in meinem Aktien-Sparplan-Depot. Deswegen lief es da jetzt auch durch die Corona-Krise eigentlich sehr, sehr stabil, kaum Schwankungen. Die Wohlerität, glaube ich, lag in den letzten Monaten für Juni, glaube ich, bei 10 Grad mal. Wenn man sich den Nesdaq anschaut, ich glaube, der lag bei 40%. Also man sieht unter DAX, glaube ich, auch bei 30% und der Deutsch-Jungs-Vfunk für bei 30% oder so. Und mein Portfolio als Stolzern lag, glaube ich, bei 8 oder 10%, also Wohler. Also man sieht, das sind schon sehr, sehr niedrige Schwankungen. Und da sieht man also hier schon auch Wohler 2,8%. Das sind sehr, sehr konservative Werte, die ich in meinem Aktien-Sparplan-Depot auch schon habe. So, dann können wir uns hier auch den Petrovski F-Square anschauen. Und der ist bei 6, also auch in Ordnung würde ich hier auch so mit in den Sparplan aufnehmen. Wenn das Unternehmen niedrige Wohler, das Momentum ist auch auf unserer Seite, geht von unten nach rechts oben, Dividende ist auch vorhanden. Also als konservativer Wert würde es bei mir wieder in meinem Aktien-Sparplan-Depot landen. So, dann gucken wir uns mal Texas Instruments an. Dann haben wir hier, sehen wir auch, das Momentum 2017, 2018 hier. Vermutlich wäre es, ja, vielleicht wäre es auch nicht ganz gegeben, wenn man sich den Abschnitt, den kleinen Abschnitt anschaut. 2018, 2019 oder, ja, müsste sich wahrscheinlich 2018, habe ich ja gemacht, also 2017 eigentlich anschauen. Ja, 2017, 2018 wäre es drin. Also da hätte ich das Momentum auf meiner Seite, dann können wir uns gleich mal die Wohler angucken, ob die auch auf meiner Seite wäre. Und die Bewertung, so, das KGV liegt hier auch bei 20, also man sieht, fast jedes Unternehmen liegt etwa ja derzeit bei 20, der KGV, den ich bis jetzt hatte, in meinem Depot, in meinem Aktien-Sparplan. Und die Gewinnaussichten, die müssen eigentlich gar nicht so schlecht sein hier. Ja, also 13, 14, man sieht hier 20, das Unternehmen ist für einen Fall sehr, sehr gut bewertet. Heute haben wir hier nur ein Pay-T-Ratio von 1,3, also das Unternehmen haben bis jetzt am, ich sag mal, am fairesten bewertet, die ich bis jetzt hatte. Obwohl das KGV ja wie bei anderen auch sind, aber das Wachstum ist einfach vorhanden. Das Unternehmen wächst oder soll in der Zukunft auch weiterhin von 15% in den nächsten Jahren weiterhin mit 14% wachsen. So, hier ist aber, dass Betroffs-Gelf-Score bei 4 von 9 ist. Deswegen würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr aufnehmen. Hier könnte man anschauen, ob man vielleicht ein besseres Unternehmen in dieser Szene hätte, hat zum Beispiel Intel vielleicht oder AMD oder Nvidia. Und was haben wir noch? Qualcomm ist ja auch sehr, sehr interessant für Handy-Chips. Könnte man sich da anschauen und vielleicht ein besseres Investment als Texas Instruments sich dann vielleicht doch findet, wo einfach die Bilanzdaten einfach besser sind. Also das Unternehmen ist natürlich dann halt auch, ja, man kann ja anschauen, was haben wir denn hier? Die Verschuldung. Die Verschuldung ist wieder am steigen. Die Aufnahme von Einkapital ist, also man wird auch mehr Fremdkapital aufgenommen haben. Können wir mal anschauen hier. Genau, Einkapital ist minus, Fremdkapital ist plus. Ja, aber wir sehen hier, Einkapitalquote ist immer noch sehr, sehr hoch bei fast 50%. Deswegen ist das hier gar nicht mal so schlimm, wenn die etwas mehr Fremdkapital aufnehmen, wenn die schon 50% Einkapital haben, wäre das also quasi hier, kann man sagen, okay, Unternehmen, die eine Einkapitalquote von 30% haben und die Wachstums des Einkapitals positiv ist, bekommt er etwas besseren Petrovskia F-Score. In dem Fall haben wir hier aber schon einen hohen Einkapitalanteil bei Texas Instruments. Deswegen kann man sagen, okay, ich vernachlässige das und quasi hebe das aus, weil ich einfach der Meinung bin, bei 50% Einkapital ist das schon in Ordnung. Es ist besser, als manche mit 20 oder 30% da sind. Deswegen könnte man sagen, okay, den Petrovskia F-Score vernachlässige ich quasi hier, blende ich aus, weil für mich ist das in Ordnung, was ich hier sehe. Dann haben wir einen positiven gehabt hier, ist auch in Ordnung, ein Dividende wird auch ausgezahlt, die Vola schauen wir uns auch jetzt an, ob die auch niedrig ist. Also man sieht, die Volatilität ist 3,4, also doch ein bisschen hoch, also unter 3 sollte die jetzt im Moment sein. Also vermutlich war die vielleicht vor 2017, 2018 auch um den Dreh. Ja, also was ist hier schlecht? Ja, die Finanzverschuldung ist schlecht, das haben wir ja vorhin schon bei der, auch gesehen. Aber ansonsten 12 von 15 Punkten hier, könnte man, wie gesagt, auch so ähnlich wie bei Wallmarkt überlegen, ob man sich das Unternehmen dann doch noch ins Depot legt, oder man eine Alternative wie Qualcomm vielleicht als eine bessere Alternative findet, oder Intel, müsste man sich dann einfach vergleichen. Aber ansonsten ist Texas Instruments kein schlechtes Investment. Wir können nochmal auch hier die letzten Performance anschauen, ja, die letzten 10 Jahre 17%, ist also sehr, sehr gut. Und wir haben hier Kursentwicklung, sehen wir hier 15%, Stabilität, also ist auch in Ordnung. Also kann man sich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall kein schlechtes Investment. So, kommen wir jetzt zum letzten der 9 von meinem Aktien-Sparplan, die ich mir anschaue. Und das ist McDonalds. So, was haben wir da bei McDonalds? Wir haben hier eine Qualität von 10 von 15 und hier weiß ich auch schon, dass die Bilanz eigentlich trotzdem schlecht ist. So, schauen wir uns mal an. Also, das Unternehmen hat Finanzverschuldung, ja, 100%, also das ist schwierig. So, 10 von 15 Punkten, also damit kann er schon mal nicht punkten. Gucken wir mal an, wie die anderen Werte sind, ob da was zu holen ist. Ja, also Momentum wäre auch auf unserer Seite, ist eher im positiven Bereich. Also, das wäre okay. Das KGV liegt hier auch so wie bei den anderen, also das ist echt krass. 22, 22er KGV und jetzt schauen wir mal an, wie ist das Unternehmen gewachsen vom Gewinn her. Denn das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns, das wollen wir haben. Und zwar, was haben wir denn hier? Dividenden hier, der letzten 10 Jahre um 10%, also hätten wir hier ein Ratio, von einem PET-Ratio von etwas über 2, aber für die nächsten drei Jahre im Durchschnitt soll es nur Microsoft, als Procter & Gamble und da muss man sich natürlich überlegen, ist McDonalds so viel besser als eine Microsoft? Muss man sich dann auf jeden Fall mal überlegen. Zumindest ist das Unternehmen bei mir immer noch im positiven Bereich, also war das auch keine so schlechte Entscheidung, dass das Unternehmen damals mit aufziehen. So, wir schauen mal, was der Petrovski-Hefsko sagt. Wo sind denn hier die schlechten Sachen? So, die Liquidität steigt nicht. Okay, also die sinkt eher. Die Verschuldung sinkt zumindest. Und das sehen wir hier über Texas Instruments. Was haben wir denn hier für eine Eigenkapitalquote? Wir sehen hier, wir sind im Minusbereich. Das Unternehmen hat kein Cash, also heißt nichts. Und zu Texas Instruments hat hier natürlich einen Minuspunkt gekriegt, weil es natürlich berechnet wird, einfach steigt die Verschuldung oder sinkt die Verschuldung. Und bei diesem Fall sinkt die Verschuldung, obwohl das Unternehmen eigentlich gar keine Eigenkapitalquote hat. In dem Fall wäre eigentlich Texas Instruments besser aufgestellt als McDonalds. Nur McDonalds hat es einfach jetzt in den letzten Jahren zumindest oder zumindest vom letzten Jahr oder zum letzten Jahr einfach ihre Verschuldung verringert. Aber mehr ist das nicht. Da muss man sich immer, immer, immer nicht nur auf die Kennzahlen sich konzentrieren. Also was er sagt, sondern auch mal anschauen, wo liegt denn das Ganze hier? Also hier würde ich das nicht als positiv beurteilen. Deswegen würde ich hier eher Texas Instruments bevorzugen als McDonalds. Auch vom Wachstum her ist das jetzt nicht die Granate. So, also das Unternehmen würde ich wahrscheinlich jetzt nicht in meinem Aktionsverplan-Depot aufnehmen. Da kann man sich natürlich nochmal wieder überlegen, er braucht den McDonalds sofort ein Kapital, dass das Unternehmen läuft, die haben Immobilien. Also hier muss man dann nochmal einen weiteren Schritt gehen und seine eigenen Gedanken nochmal dazunehmen. Die Kennzahlen mal quasi erstmal ausblenden und einfach überlegen. McDonalds hat super, super gute Plätze, wo die in New York sind. Also und das Unternehmen macht ihre Sache wirklich gut und Immobilien ist auch einer der größten Immobilienbesitzer. Und dann kann man sich wieder überlegen, okay, die Kennzahlen, das und das ist schlecht, das und das ist gut, aber die Zukunftsaussichten sind vielleicht auch sehr gut. Und dann muss man sich mal überlegen, ob man das aufnehmen würde. Also laut Kennzahlen würde ich das Unternehmen nicht aufnehmen, aber laut einfach, dass es McDonalds ist und jeder kennt das, das ist auch ein Monopol, also zu Burger King und so, aber trotzdem, McDonalds wird man nicht einfach eben so vom Thron stoßen. Deswegen kann man sich auch hier wieder die Kennzahlen auslösen und sagen, komm, ich nenne das mit auf. So, das waren jetzt, ich sag mal, die besten neun Unternehmen von meinem Aktien-Sparplan-Depot. Also wir haben eine Apple, die würde laut Kennzahlen durchfallen. Microsoft, die würde aufgenommen werden. Eine Walmart müsste man sich überlegen. Eine Procter & Gamble würde aufgenommen werden. Also wir hätten jetzt zwei. Dann eine Starbucks würde wahrscheinlich durchfallen, glaube ich, gewesen. Pepsi würde aufgenommen werden. Johnson würde aufgenommen werden. Bei Texas Instruments hätte man sich das über die Kennzahlen überlegen müssen, aber vermute ich auch eher ein Ja als ein Nein. Und bei McDonalds müsste man sich dann auch laut Kennzahlen sagen, Nein, das Unternehmen wird das genauso wie Apple nicht schaffen, wenn man sich aber dann einen Schritt weiter geht. Und dann könnte man sich auch überlegen, Apple, McDonalds, Ja oder Nein. So, das war so ein bisschen halt geschaut, wo stehen denn die Unternehmen, wie sind die bewertet, wie sehen die Kennzahlen aus von diesen Unternehmen, die ich in meinem Aktien-Sparplan-Depot habe. Und ja, ich hoffe, hat euch so ein bisschen geholfen. Und ja, einfach zu sehen, wo stehen denn gerade die Top-9-Unternehmen von meinem Aktien-Sparplan laut dem Score, also Qualitäts-Score und Betroffs-Gerbs-Score. Ja, ich bedanke mich dann fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschö. Ja, ich betrofft. Bis dahin. Tschö. Tschö. Tschö.